Leute, also ich würde ja schon gerne mehr mitbestimmen, so in der Bildungspolitik. Da läuft irgendwie einiges drunter und drüber. Aber vielleicht habe ich das auch gar nicht so wirklich gelernt von Anfang an. Ich muss das alles so nachholen und wird deswegen auch da so mitbestimmt. Vielleicht wurde zu viel über mich bestimmt, dass ich jetzt bestimmen möchte. Who knows? Habe Mut zu dir selbst und such deinen eigenen Weg. Janusz Korczak. Und genau darum geht es hier heute, Leute. Herzlich Willkommen hier auf Sozialverzogen, dem Kanal für Eltern, Pädagogen, Kinder, Jugendliche, Schüler, whatever. Ihr seid, Habtsache, ihr habt Bock, die Bildung zu revolutionieren mit mir als authentisch empathischer La-Motivator. Willkommen hier bei dem Thema, was ist diese Partizipation? Wieso kommt der Typ hier vor der Kamera überhaupt auf dieses Thema? Leute, ganz einfach. Ich habe in letzter Zeit ein ganz tolles Beispiel gesehen, wie Strukturen so verändert werden können, dass Kinder ihre eigene Welt steuern. Ja Leute, das ist Gang und Gebe hier in Berlin. Nein, das stimmt nicht ganz natürlich nicht. Aber es wäre wünschenswert, wenn Kinder ihre eigene Welt doch auch selbst bestimmen könnten und dort eigenständig handeln. Und der Leitgedanke von Janusz Korczak ist, dass die Kinder im demokratischen Sinne teilhaben am Alltag in der Kita. Sie können mitbestimmen, was im Morgenkreis passiert. Sie können mitbestimmen, was es als Mittagessen gibt, welchen Ausflug wir machen und so weiter und so fort. Das ist schon mal ein kleiner Teil von der partizipativen Kita-Welt. Steigen wir also ein und gucken uns mal an, was denn alles mit Partizipation in dieser Kita gemeint ist. Und vorweg kann ich euch sagen, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Kinder nur noch machen, was sie wollen. Ganz einfach Leute, es geht darum, dass sie, wie ich eben schon gesagt habe, eine demokratische Möglichkeit bekommen, den Kita-Alltag mitzubestimmen. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist entweder durch Meldungen, durch ein Kita-Parlament, durch Vertreter aus jeder Gruppe, die dann nochmal sich extra treffen, eine Art Kita-Sprecher treffen. Das wird ganz verschieden aufgebaut. Aber Fakt ist, die Rechte der Kinder, die werden nicht nur so lapidar genannt irgendwie oder man sagt, die haben schon ihre Möglichkeiten. Nein, es wird fest verankert in der Konzeption und wird dann natürlich auch fest in der Alltagsstruktur umgesetzt. Das bedeutet natürlich, dass man bestimmte Mechanismen nicht mehr automatisch so über die Kinder hinweg bestimmen kann. In erster Linie werden immer bestimmte Elemente im Kita-Alltag so umgebaut, dass Kinder dort mitbestimmen können. Es geht aber auch wirklich darum, nicht nur so eine kleine Teilhabe zu haben, sondern den Kindern wirklich Macht zu geben. Macht zu geben, sich eigenständig dafür zu entscheiden, an Angeboten nicht teilzunehmen oder morgen beim Ausflug dabei zu sein oder das Mittagessen, was gerade auf dem Tisch steht, nicht zu essen oder sich selber zu entscheiden, möchte ich jetzt Ruhe halten oder später. Das sind eben Elemente, wo Kinder definitiv mitbestimmen sollten. Das ist meine ganz persönliche Meinung und das habe ich auch selber als Kita-Leiter immer gelebt. Selbstständiges Handeln, also, ja, genau. Selbstständiges und vor allen Dingen eigenständiges Handeln, so wie ich ja auch das Zitat verwendet habe. Es geht darum, seinen eigenen Kopf benutzen zu können und dann mit den Konsequenzen weiterzuarbeiten, die die eigenen Entscheidungen quasi hervorrufen. Und dann muss man eben als Kind auch mal damit leben, wenn man sich entscheidet, okay, ich esse jetzt keinen Mittag, habe jetzt noch keinen Hunger, aber wenn ich eben zu spät komme, dann kann es sein, dass ich entweder zu wenig Zeit habe oder so spät komme, dass das Mittagessen schon abgeräumt wird. Sicherlich sind die Erzieher dann kolant und geben dem Kind trotzdem noch was zu essen, aber kann natürlich wirklich sein, dass es so viel später ist, dass es doch zum Festbau warten muss. Das sind dann Konsequenzen, die einen Lerneffekt hervorrufen, die dann dazu führen, dass das Kind definitiv beim nächsten Mal eventuell nicht das Mittagessen verpennt. Der Sinn hinter Partizipation ist vor allem, dass Kinder sich in ihrer eigenen Welt entfalten können, sehr bewusst entfalten können, mitgestalten können, entscheiden können, variieren können, ob sie sich Hilfe holen, Hilfe nicht annehmen. Das ist übrigens auch eine Entscheidung, vollkommen okay. Dann kommen wir nämlich in den Part des Pädagogen, wo wir einfach sagen müssen, ja, auch für den Pädagogen ist das eine andere Welt. Wenn wir Partizipation voll durchziehen wollen, dann ist man nur noch Co-Konstrukteur. Weder Machthaber noch Erzieher noch irgendwas. Man ist Begleiter. Man ist dann da, wenn die Kinder Hilfe brauchen. Man ist vielleicht auch ein bisschen Modell noch, wenn man einfach auch sein Ding am Tag durchzieht und dadurch die Kinder von anderen Dingen überzeugen kann oder beziehungsweise sie anregen kann, Dinge zu tun. Das ist ja viel wichtiger. Aber damit muss man als Erwachsener dann umgehen können, zu sagen, gut, drei Schritte zurück. Drei sind vielleicht zu viel. Zwei Schritte zurück. Und die Kinder machen das schon. Dann vertrauen. Das ist natürlich dann das A und O. Der Effekt dahinter ist eigentlich ganz einfach. Durch diese Umsetzung lernen die Kinder viel mehr als das sehr unpraktische, meiner Meinung nach, sehr unpraktische Nachahmen von bestimmten Aufgaben. Du musst jetzt aufräumen. Du musst da die Ordnung halten. Du musst dich jetzt dort anstellen. Die Regel ist so und so und der Ablauf ist so und so. Ja, natürlich gibt es auch Kinder, die brauchen das. Durchaus. Es gibt auch Erwachsene, die brauchen das. Aber vielleicht, weil sie es wirklich eigentlich nicht gelernt haben. Wie ich auch in meinem kleinen Intro gesagt habe, vielleicht möchte ich jetzt auch so viel mitbestimmen, weil ich früher nicht so viel mitbestimmen durfte. Jedenfalls anders als heute. Und der kleine Rebell in mir, sozusagen, der möchte Eigenständigkeit. Der möchte Selbstständigkeit. Der möchte einfach für sich selber entscheiden können. Ist das jetzt gut für mich? Möchte ich das jetzt lernen? Will ich es jetzt umsetzen? Und genau das ist der Punkt bei den Kindern genauso. Wenn sie es schaffen können, es umzusetzen und in diese Situation zu kommen, zu sagen, ey, das ist heute meine Herausforderung. Die nehme ich heute auf mich und dann versuche ich, da ein Erfolgserlebnis zu erleben. Wenn wir aber immer wieder die Tatsachen vorwegnehmen, wird das Kind kein Erfolgserlebnis haben. Es wird sich freuen. Juhu, ich bin heute dem Erzieher wieder auf Schritt und Tritt gefolgt. Ich habe alle Ansagen super umgesetzt. Jetzt ist der ganz doll stolz auf mich. Da ist aber keine Eigenwertschätzung dabei. Bei dem ganzen Thema kann ich natürlich verstehen, dass Pädagogen und auch Eltern definitiv unsicher werden. Bei diesem ganzen Thema und bei diesem ganzen Brimborium da drum. Oh Gott, die Kinder dürfen plötzlich alleine entscheiden, ob sie schlafen. Schlafen sie überhaupt noch? Essen sie überhaupt noch? Spielen sie überhaupt noch? Sicherlich spielen sie. Definitiv. Natürlich. Und sie gehen auch schlafen, wenn sie es brauchen. Sie holen sich die Ruhe, wenn sie es brauchen. Sie essen auch, wenn sie es brauchen. Und natürlich ist es auch so, dass die Erzieher Kinder natürlich auch ein bisschen darauf hinweisen. Klar, die werden nicht einfach dann wahllos in irgendwelchen Räumen gelassen und dann gehen drei Kinder von 40 essen und das war's. Offenes Mittagessen. Darüber können wir uns mal sprechen. Mega geile Geschichte. Aber nochmal zu den Erwachsenen. Natürlich ist es weniger Kontrolle und mehr Rechte für die Kinder. Aber das ist auch gut so. Klar, aller Anfang ist schwer. Und natürlich muss man auch als Erwachsener lernen, abzugeben, dass es, als wenn ihr Führungskraft seid, ihr müsst auch delegieren können. Und genauso könnt ihr das mit den Kindern auch machen. Die sind so unfassbar stolz darauf, wenn sie Dinge alleine geschafft haben. Wenn sie von sich aus einen Raum aufgeräumt haben. Wenn sie von sich aus wissen, oh Gott, jetzt ist mir die Pflanze darunter gefallen. Überall liegt Blumenerde. Ich hole den Staubsauger. Und sie wissen, wo der Staubsauger ist und wissen, wie man den anmacht. Und dann geht es rund. Die sind so stolz darauf. Und das würde man eben mehr und mehr nehmen, wenn man alles kontrolliert und alles kommandiert. Also Leute, ich kann euch wirklich empfehlen, probiert es auch aus. Und liebe Eltern, ihr genauso. Wir kommen auch in einem anderen Video definitiv zu dem Thema Helikoptereltern, um auch mal genau zu erklären, was das genau ist. Vertraut euren Kindern mehr. Gebt ihnen die Chance, groß zu werden. Gebt ihnen die Chance, entscheiden zu können. Denn sie werden erleben, dass das unglaublich viel Spaß macht, selber zu denken, zu überlegen, was kann ich jetzt am besten machen. Und ihr werdet die Kinder trotzdem nicht gleich verlieren oder was auch immer eure Sorgen sind. Ihr werdet sehen, eure Kinder wachsen mit ihren eigenen Herausforderungen. Und das ist cool. Das ist mein Ansatz immer und immer gewesen. Eigenständigkeit. Power. Dann sind sie auch fit für die Schule und mehr gewappnet für die nächsten Challenges. Partizipation. Ich glaube, das wird uns noch öfter beschäftigen. Wenn ihr dazu natürlich mehr wollt, wissen wollt, wie auch immer, schreibt mich gerne überall an. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Und hier auf YouTube in den Kommentaren. Lasst uns darüber diskutieren, wie gut ihr schon die Partizipation vielleicht auch umsetzt. Was ihr für tolle Dinge mit den Kindern macht. Welche Kinderwelt ihr erschaffen habt mit den Kindern. Schreibt das alles unten rein. Wenn ihr mehr wollt und sagt, ey, der Typ, der hat interessante Ansichten, den laden wir gerne ein. Dann tut das. Geht auf www.sozialverzog.de. Da findet ihr meine Kontaktdaten. Schreibt mir gerne eine E-Mail. Wir kommen auf jeden Fall zusammen. Ich habe Bock mit euch, auf dem Weg zum Lernmotivator zu gehen. Yes. So. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen rumentscheiden. Denn ich entscheide mich jetzt, vielleicht noch einen Kaffee zu trinken. Das könnte sein. Also dann, Leute. Bleibt sozialverzogen. Bis zum nächsten Video. Peace. Tschüss. Tschüss.